Hallihallo miteinander. Ich hatte ja eine Idee und zwar habe ich mir gedacht, man könnte ja aus Laminierfolie sich einen eigenen Stencil machen. Jetzt habe ich hier also mein Laminiergerät. Ich mache das mit euch zusammen. Also diese habe ich jetzt gerade mal durchgelassen und habe noch nichts gemacht. Ich mache den mal wieder an. Das müsste eigentlich noch heiß sein. Habe ich gerade gemacht. Ich warte einen kurzen Moment und dann habe ich hier Laminierfolie. Ganz normale, handelsübliche Laminierfolie. Welche Firma ist das? Ich glaube, die ist von Lidl. Ich glaube, die ist von Lidl oder vielleicht ist sie auch von Action. Ich weiß es nicht. Was auch immer ihr für Laminierfolie habt, nehmt die. Und wie gesagt, diese habe ich hier schon mal durchgeschickt. Mehrmals. Ich habe sie dreimal durchgeschickt und das mache ich jetzt noch mal mit euch zusammen. Also einfach hier anlegen, sodass ihr das sehen könnt. Und dann läuft die hier mal durch. Und dann habe ich mir hier diesen Stanzschablone von Action und diese ausgesucht und damit machen wir uns jetzt mal unseren eigenen Stanzschablone. Weil ich finde diese hier sehr schön und ich habe so ein Stanzschablone nicht. Und dann machen wir den einfach selber. Also ich hoffe, dass das funktioniert. Was ich hier für eine Idee habe. Und nein, ich habe diese Art von Video nirgends gesehen bisher. Aber ich bin mir recht sicher, dass das funktioniert. Bedauerlicherweise ist meine Folie jetzt weg. Wo ist sie hin? Die hängt da fest. Ich muss mal Stopp machen. Das ist ja mal toll, oder? Ich muss mal kurz hier... Wieso hängt die denn da jetzt fest? Jetzt mache ich ein Video und dann hängt die Folie da fest. Jetzt kriege ich die da jetzt raus. Das ist ja auch toll, oder? Ja, wieder mal typisch. Gerade eben wirklich vorher mache ich das. Ich habe ja den Stecker raus gemacht und jetzt hängt mir hier meine Folie fest. Also ich würde mal sagen, sieht sehr schick aus. Aber diese benutzen wir jetzt mal nicht. Warum die jetzt auch immer da fest hängen? Ich habe keine Ahnung. Also neuer Versuch. Stecker wieder rein. Ja, das ist ja mal witzig. So. Diesmal brauche ich es ja ein Stück hochheben, damit die durchlaufen kann. Ja. Ist ja mal sehr schick. Mal gucken, was man damit noch machen kann. Ja, also das ist funktioniert. Weil die habe ich, bevor ich das Video gemacht habe, da habe ich die genommen. Welche ist das? Die offene Seite. Diese hier. Und dann nehme ich die. So. Also nochmal durchschicken. Und dann mache ich das aber so, dass ich sie ein bisschen hoch halte. Warum auch immer. Der die gerade gefressen hat. Aha. Da ist sie. Also diesmal frisst er sie nicht. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt gerade war. Ja, typischer Vorführeffekt, ne? Ja. Also, wie gesagt, die habe ich dreimal durchgeschickt. Hätte ich mit Sicherheit nicht gemusst. Ich mache die jetzt mal zweimal. Und nehme auch diese Folie hier, die ich gerade mit euch zusammen gemacht habe. Die packe ich mal hier rüber. Die werde ich auch noch benutzen. Und wir machen damit uns gleich ein Stencil. Diese Schablone muss ich natürlich, ähm, haben. Aber klar, dass mein Handy jetzt kommt, ne? Warte, ich mache mal kurz leise. Entschuldigung. Ähm. Stumm. So. Die habe ich schon ganz lange gekauft und habe sie noch nicht genutzt, weil ich nämlich damit ein Video gesehen habe, was mir echt gefallen hat. Dann habe ich sie gekauft und ich habe sie noch nicht benutzt. Kennt ihr, ne? So, jetzt mache ich das mal hier aus. Weck da raus. Und packe den hier rüber. Und dann nehme ich mir mal die packe noch kurz hier rüber. Und packe sie aber aus. Ich packe sie hier unten aus, damit es nicht so doll knistert und ihr das nicht so doll hören müsst. So. Und schon mal als, als Vorwarnung, ähm, vom 14. bis 21. werde ich keine Bastelvideos machen, weil ich nämlich im Urlaub bin. So. Und deswegen mache ich keine Bastelvideos. Vielleicht werde ich ein paar Videos hochladen, wie ich, ähm. Mal gucken. Ist ja zu lang hierfür, aber das ist eigentlich Wurst. Und ich nehme trotzdem meine langen. So. Dann packe ich die mal hier rüber. Und dann nehme ich meine langen Stanzteile, die ich hier habe. Ich weiß gar nicht, wie die Stanzplatten, die das gerade, Stanzplatten heißt, ist, ne? Ja. Naja, manchmal. So. Dann nehmen wir mal die lange und packen sie es da rein. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Das ist ein bisschen zu breit. Also schnippel ich das mal. Ah, das geht's. So. Lege ich hier rauf. Und natürlich kann man das nicht so gut sehen, ne? Ne, ich muss das tatsächlich ein bisschen schneiden. Ich muss nur mal, ich habe ja, ich bin ja in meinem Wohnzimmer gewesen, in meinem Esszimmer zum Basteln. Moment. Ich muss nur mal meine Schere holen. Die Farbe nämlich hier drin. Sorry. Weil ich nämlich mit Andrea zusammen Weihnachtskarten gebastelt habe. Und das haben wir in unserem Esszimmer gemacht. Und da habe ich ganz viel Zeit mit drüber genommen. So, jetzt habe ich das ein bisschen abgeschnippelt. Damit das hier auch wirklich gut durchpasst. So. Die Blinde muss mal wieder das richtig fixieren hier so. Und dann gucken wir mal, ob das, was ich denke, auch funktioniert. Naja, wenn nicht, seht ihr, dass es nicht geht. Und wenn doch, knister, 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 habt ihr eine Idee, wie ihr eure eigenen Stanzeln machen könnt. Und ich gehe nochmal zurück. Jetzt knistert es nicht mehr so doll. und dann und dann diese einmal wegpacken und dann gucken wir uns das mal an, ob das funktioniert hat. Das pack ich jetzt weg. Okay, ich hätte das Tatsache nochmal durchmachen müssen. Es hat nicht geklattet. Es hat nicht gereicht. Oder doch teilweise schon. Gucken wir mal. Ah, ich glaube, ich muss das mehrfach durchmachen. Und guckt mal hier. Man hat natürlich auch den Rand gemacht. Dann ist das, glaube ich, ganz schön knapp für einen Stanzel. Also den muss ich auf jeden Fall, also ich muss das auf jeden Fall öfter durchkurbeln. Also der hat schon mal hier nicht funktioniert. Ich werde jetzt einfach mal bei dem bin ich jetzt nicht sicher. Das muss ich mal mehrfach machen. Nehme ich mal die Ferzen. Entschuldigung, das Knistern. Und mache das mal nochmal. Weil da muss das nämlich nicht alles sein. Aber das macht das natürlich der Rand wird auch mit ausgestanzt. Was natürlich ein bisschen knapp ist. Aber jetzt probieren wir mal den und nehmen dieses Teil hier. Ich schnipple das mal wieder ein bisschen kürzer. Also schmaler. Den lege ich mal rüber. Also neuer Versuch. Das sind dann die kleinen Herzen. Und dann nehme ich hier mein Metallteil dazu. Draufpacken. und Und dann machen wir kurz, Moment. Und die mache ich mal drauf. Und dann gehen wir nochmal durch, ne? Okay, die mache ich drunter. Also ihr seht das so easy peasy, wie ich es mir gedacht habe. Das gar nicht so easy peasy ist. Jetzt gehen wir noch mal. und wobei es natürlich mit dem Metallteil sicherlich schon besser gegangen ist. Und eben ist nicht schlimm, wenn es jetzt nicht bis ganz nach unten ist. So. Also. Neuer Versuch. Mit meinem wunderbaren Metallteil. Und ich glaube, das hat jetzt funktioniert. Hier sind schon ein paar Herzen rausgeflogen. So. Damit jetzt einmal wieder wegpacken. Und dann gucken wir uns das mal an. Ich nehme mal das hier rüber. Damit man das vielleicht ein bisschen besser sehen kann. Und packe hier, damit ihr nicht geblendet seid, die Pappe hin. Dieses Metallteil, diese extra Platte, habe ich übrigens bei ich weiß gar nicht, ob ich die bei Amazon gekauft habe oder bei Ideen mit Herz. Weil das ist extra für die Papus. Und das hat auf jeden Fall geklappt. Und jetzt haben wir hier den niedlichen Stencil mit den Herzen. Natürlich kann man das auch mit Papier machen, aber das hält ja nicht so gut, als wenn wir hier eine Folie nehmen. und falls dann mal welche nicht so richtig optimal rausgehen, das ist gar nicht schlimm, die würde ich jetzt einfach nämlich drin lassen. Dann haben wir noch ein extra Muster. Aber es hat funktioniert. Die gehen hier locker, easy raus. Sehr schön. also wird es auch mit dem anderen gelingen. Wie gesagt, das einzige Problem, was hier dann bei dem Sonnenuntergang ist, dass er natürlich hier die Seiten auch mit ausschneidet, hier rechts und links, was es dann ein bisschen schmaler macht. Aber ich glaube, das funktioniert trotzdem. So, ich habe jetzt nicht bis unten gemacht, das schneide ich mir jetzt einfach mal ab. Und dann haben wir einen Herzstänzel. Und das könnt ihr mit euren beliebigen, was ihr an Standschablonen, Hintergrundschablonen, Standsteilen habt, könnt ihr das machen. Hier oben ist auch noch ein Herz, was nichts raus ist. Das habe ich glaube ich zu dicht dran gehabt, aber es geht auch raus. Hier die oberen Teile, die muss man halt nur ein bisschen doller machen. So, und benutzen die natürlich auch gleich. Das mache ich mal hier rüber und schmeiße das gleich weg. Ich habe nur das Laminiergerät auf meinen Plastikmülleimer gelegt, da ich ja meinen Müll trenne, auch meinen Bastelmüll. Ja, vorbildlich, vorbildlich nutzen wir das jetzt gleich mal und hier habe ich Papier und dann haben wir einen schönen eigenen Stencil uns gemacht. Die Idee kam mir nämlich, weil in meiner Facebook-Gruppe hat gerade jemand dieses Magnet die Magnetplatte von Action gekauft und auf dieser Magnetplatte ist ja dieses Teil hier als Stencil mit drauf. Und der war aber nicht mit drin und dann hatte ich gesagt, das ist eigentlich schade, aber ich habe ja die Standschablone und dann hat Maggie geschrieben, ich könnte mir die ja selber machen und ja, hat sie recht und die Idee hatte ich ja auch schon des öfteren und dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich mal ein Video draus. So, jetzt ist die hier, dann nehme ich mal mein, oh Gott, ich idiotisch, Entschuldigung, meine Fingerschwämmchen sind in meinem Klappkorb, wo ich mein ganzes Zeug drüber getragen habe und noch nicht wieder einsortiert. So, jetzt, dann habe ich aber, nein, ich habe nicht alles, aber ich habe auf jeden Fall die Sachen, die wir jetzt gerade brauchen. So, und dann nehmen wir mal, falls hier gerade ist, die beiden orange farbenen Teile. Also, ihr könnt euch das natürlich auch fixieren, rechts und links. Ich halte es jetzt einfach mal fest, weil es ist ja nur, um zu gucken, wie das aussieht, ob das so funktioniert. Und dann benutzen wir mal hier unsere eigenen selbstgemachten Stencil. Jetzt habe ich das verrutscht, ich Dusselchen richtig hinmachen. Und ich finde das ja sehr schön, wenn man das quasi selber macht. und da ist es. Cool, oder? Da könnt ihr das mit jedem Stencil, den ihr habt, euer eigene Schablone machen. Und dann werde ich das mal kurz umdrehen. Und ja, meine feuchten Tücher, ich habe ja hier trotzdem noch welche. Die sind nämlich auch wieder in meinem Klappkorb. Aber zum Glück habe ich ja mehrere Packungen. und dann sprühe ich den mir nämlich mal hier kurz an. Und dann packe ich den hier rauf und und dann haben wir zweimal noch einen Rand. und hier auch noch mal leicht. Ja, ich kann ja mal nichts umkommen lassen an Farbe. Ich bin ja immer diejenige, die immer gerne alles mehrfach und überall nutzt. Dann ist der auch wieder sauber. Den legen wir uns zur Seite und dann habt ihr eure eigenen Stencil. Und wie gesagt, so kann man das einmal nutzen und dann die restliche Farbe ein bisschen ansprühen mit Wasser und dann habt ihr zwei schöne Hintergründe, die ihr nutzen könnt. Und hier der ist auch noch mal ganz leicht zu sehen. Ja, fände ich sehr schön. Hier ist er und hat prima funktioniert. Ich wünsche euch erstmal was und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.